Wir sind niemand geringeres als die schönsten, tollsten und wundervollsten, die es in der WXW gibt. Wir sind die World Tag Team Champions! Das ist es! Das ist der Titelgewinn! Wir haben neue Tag Team Champions! Oh, was ist das? Oh mein Gott! Erst das Lieblingsteam der WXW-Fans und dann im Oktober bei der World Tag Team Lead. Bam! Vorbei! What on earth Rico! What the? What just happened? This place is just gone silent! Ich verstehe es einfach nicht. Was ist da eigentlich genau vorgefallen? Die Jungen bekommen alles einfach zugeschoben. Die, die eigentlich immer erfolgreich sind und ständig an der Spitze sind, die werden erstmal gar nicht beachtet. Was hier die letzten Monate abgegangen ist, so geht es nicht weiter. Bei True Colors geht ihr weit in den Ring und das wird gelöst. Nein! Eine Pfeife nach draußen durch den Tisch! Andi! Dritte Stufe! Vierte Stufe! Fünfte Stufe! Und er behält seine Titelshot! Mario und Zalani ist es! 1, 2, 3! What a win! Mir geht es mega auf den Sack, dass ich gegen Marius verlieren musste. Ja? Weil ich hier in einem Tag Team Match bin. Hey, ich bin der Karatzieger! Und jetzt sage ich dir eins, ich will Marius, weil so gehe ich nicht in die Sommerpause. Ich bin der Beste, ich will zeigen, dass ich der Beste bin. Gib ihn mir! Und jetzt sage ich das für bei� hohes Geppens.